Threema ist ein ganz besonderer Messenger. Open Source im Frontend und mittlerweile auch im Backend. Aber eben nicht Signal. Was viele an Signal bemängeln, ist die Telefonnummer, die eben zwingend benötigt wird, und die Legislation von Signal, die in den USA sitzt. Wie sensibil, wie sensibel gerade für Journalisten eine sichere Kommunikation ist, haben wir immer wieder zu spüren bekommen. Ich erinnere nur daran, dass manche Journalisten wegen dem Staatsruhianer Pegasus gestorben sind. Threema ist für viele der Hardcore-Privacy-Fans, wie etwa die Schweizer Armee oder Journalisten, die darauf angewiesen sind, das Go-To-Tool geworden. Man muss sich nicht mal selbst um Patches kümmern, wie bei Matrix, und es ist alles sicher. Oder ist es das wirklich? Vor einigen Monaten wurde das alte Protokoll durch ein neues ersetzt. EBEX heißt das neue Protokoll. Neu hinzugekommen ist Perfect Forward Secrecy, auch für den Chat, auf der Ende-zu-Ende-Schicht. Das heißt, niemand, auch kein Hacker innerhalb der Threema-Server kann erkennen, was ihr schreibt. Im Gegensatz zu Matrix hat das einen entscheidenden Vorteil. Man muss nichts selbst aufsetzen, nichts selbst patchen und nichts selbst verwalten. Denn dabei passieren erfahrungsgemäß die meisten Fehler. Und naja, wenn das Leute machen, die sich damit auskennen, ist das deutlich sicherer. Anfang August habt ihr mir dann einen Artikel geschickt. Ein formeller Sicherheitsbeweis durchgeführt von den Forschern der Universität Erlangen-Nürnberg. Dieser Beweis durch Widerspruch bestätigt dem Protokoll EBEX diese Sicherheit. Konkret sagen die Forscher, wenn ein Angreifer Threema-Nachrichten entschlüsseln kann, kann er das Gap-Diffie-Helman-Problem in polynomieller Zeit lösen. Da das nicht geht, ist EBEX offiziell sicher. Außerdem haben die Forscher die Integrität, Authentizität und die Perfect Forward Secrecy von Threema bewiesen mit diesem Protokoll. Und daraufhin hat Threema dann tatsächlich das Protokoll auch überall ausgerollt und aktiviert. Und wir schauen uns dieses Protokoll heute mal an. Ganz kurz bevor wir starten, wenn ihr an solchen fancy Sachen wie dem hier Interesse habt, am 8. September ist wieder ITCS und ich werde auch dabei sein. Der IT Career Summit war auch schon am 30. Juni und dort war ich auch schon dabei, damals in Hamburg. Am 8. September ist dieses Mal der ITCS in Köln und ich freue mich schon riesig drauf. Wir werden wieder einige Coding Challenges haben, aber natürlich auch genug Zeit, uns einfach zu unterhalten, mal wirklich persönlich. Und natürlich bleibe ich auch nach der Afterparty noch da. Letztes Mal haben wir uns da stundenlang unterhalten auf der Messe und in einer Bar danach und das war eine unglaublich tolle Erfahrung. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Lust in Köln dabei zu sein. Achso, ja, die ITCS ist natürlich eine Jobmesse, offiziell gesagt, aber ehrlich gesagt ist es so viel mehr als das. Es ist vor allem auf einer persönlichen Ebene und für einen tollen Austausch, bei dem ihr Firmen kennenlernen könnt, auch persönlich und Chancen eben auf einem Praktikum oder direkt eine Festanstellung habt. Also kommt definitiv vorbei. Es macht nicht nur Spaß, sondern ihr könnt dabei auch wirklich was reißen. Bis bald! Okay, Ebex oder Freema generell hat einiges, was man intuitiv eben mit bedenken muss. Mittlerweile sind Instant Messenger eben ein bisschen mehr geworden als nur Messenger. Oder schreibt ihr nur Nachrichten über euren Messenger? Ein Sicherheitsbeweis kann auch geführt werden zwischen der Kommunikation von eurem Handy und dem Server von Freema. In dem Fall wäre dazwischen alles okay, aber der Server könnte alles mitlesen und jeder Hacker auf dem Server. Hier kommt erstmal Ende-zu-Ende Verschlüsselung ins Spiel. Die privaten Schlüssel liegen nur bei euch auf dem Smartphone und ihr verschlüsselt nicht so, dass Freema entschlüsseln kann, sondern nur euer Gesprächspartner. Also sagen wir mal, Alice und Bob wollen miteinander kommunizieren. Es gibt hier zwei Geschmacksrichtungen. Einmal Server-basiert und einmal Peer-to-Peer. Server-basiert heißt Alice schreibt eine Nachricht an Bob. Sie verschlüsselt sie für Bob, sodass nur Bob sie entschlüsseln kann, schickt sie aber nicht an Bob selber, sondern an den Freema-Server. Und Bob holt die Nachricht von dort. Der Server erkennt aber nur absoluten Gibberish und kann null damit anfangen. Peer-to-Peer hingegen wäre, wenn die Nachricht nicht von Alice an den Server geschickt wird, sondern direkt an Bob. Das hört sich jetzt erstmal zwar ultra gut an, hat aber einen entscheidenden Nachteil. Wenn Bob gerade kein Internet hat, kommt eure Nachrichten nicht an und verpufft oder ihr müsst sie die ganze Zeit neu senden, bis Bob eben wieder da ist. Deswegen wird im Normalfall serverbasierte Kommunikation verwendet, denn wir verlieren häufiger als wir denken. Mal kurz eine Nachricht. Das ist die grundlegende Funktionalität eines Messengers. Jetzt wird es aber komplex. Bei Videoanrufen kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass beide Parteien gleichzeitig online sind. Sonst könnten wir nicht reden miteinander. Und Freema wählt hierfür Peer-to-Peer. Das ist ähnlich übrigens wie Google Meet oder Jitsi oder die ganzen anderen Meeting-Softwares ist eigentlich auch nur ein Videoanruf. Nur die gehen den Server-Ansatz. Alles kommt auf den Server, alles kommt vom Server. Freema wählt hierfür, wenn wir nur eins zu eins reden, Peer-to-Peer. Das heißt direkte Kommunikation zwischen den beiden Geräten. Das heißt wiederum, dass Alice direkt eben mit Bob spricht, ohne Freema-Server irgendwo in der Mitte. Spannend und gut, aber dann braucht man auch eine Sicherstellung der Identität. Denn man möchte nicht, dass sich jemand als Bob ausgeben kann und dann vielleicht euer Gesicht zu sehen bekommt. Obwohl das eigentlich gar nicht ist. So. Und dann gibt es da noch die Königsdisziplin. Gruppenanrufe. Hier muss ein Schlüssel für eine ganze Gruppe verfügbar gemacht werden und eine Selective Forwarding Unit, also eine Art Medienanrufrouter, bei Freema wird gebraucht. Der zwar nichts lesen kann, der aber die Daten an alle verschickt. Denn wenn ihr unterwegs einen Gruppenanruf macht und mit eurem Handy für jeden User separat verschlüsseln wollt, plus gleichzeitig an alle User euer Bild übertragt, dann kostet euch das erstens mal zu viel Leistung durchs Verschlüsseln für jeden und es kostet zu viel Datenvolumen durch die Mehrfachübertragung an jeden Teilnehmer. Es können ja potenziell Hunderter sein. Daher ein Schlüssel für alle und ein einziges Mal hochladen auf einen Server und von dort wird es dann verteilt. Und das dann alles noch mit PFS. Perfect Forward Secrecy. Für jede Nachricht wird ein neuer Schlüssel verwendet, wobei kein Rückschluss auf frühere Schlüssel möglich sein darf und somit ein potenzieller Angreifer auch mit dem gegenwärtigen Schlüssel keine früheren Nachrichten entschlüsseln kann. Selbst wenn also der Freema-Server kompromittiert wäre, also ein Angreifer drauf wäre und ein Angreifer die Ende-zu-Ende verschlüsselten Nachrichten langfristig abgreifen und speichern kann, gäbe es nicht einmal dann eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln, wenn der Angreifer irgendwie zum gegenwärtigen Schlüssel eines Users Zugriff bekommen sollte. Das sind hohe Anforderungen. Ein Angreifer kann nicht mal im Namen von Alice eine Nachricht sogar nochmal senden, ohne dass Bob das merkt, dass die Nachricht nicht von Alice ist. Und das sind heftige Anforderungen, die alle in E-Bags eingebaut wurden. Lasst uns das mal auftröseln. Okay, zunächst einmal müssen wir das Gap-Diffie-Helmen-Problem oder kurz GDH-Problem verstehen. Beim klassischen Diffie-Helmen ohne Gap haben wir ja einen Schlüsselaustausch durchgeführt. Das ist also die essentielle Komponente von eigentlich allem. Sagen wir, Alice und Bob wollen über das unsichere Netz einen Schlüssel austauschen. Dann machen die das natürlich asymmetrisch. Alice und Bob einigen sich öffentlich für alle sichtbar auf eine mathematische Gruppe G, eine Basis dieser Gruppe namens klein g und eine Primzahl namens klein p. Gerne an der Stelle mein ganz kurzer Verweis an meine Mathe-Playlist. Da ist alles mathematisch noch ein bisschen besser erklärt. Jetzt wählt Alice eine zufällige Zahl A innerhalb dieser Gruppe. Bob wählt auch für sich eine zufällige Zahl B auch in dieser Gruppe und die bleiben jeweils geheim. Die kennen nur sie selbst, also niemand anders. Alice schickt jetzt an Bob G hoch A modulo P und Bob schickt an Alice G hoch B modulo P. Alice kennt ja aber A und kann G hoch B mit A potenzieren. Also G hoch B hoch A ist ihr Ergebnis. Bob macht dasselbe, aber eben mit B. Er berechnet also G hoch A, das hat er von Alice bekommen, und das ganze hoch B. Beide Werte sind aber effektiv gleich, denn Potenzen kann man ja einfach umtauschen, zumindest rein rechnerisch. Das ist eine Mathe-Regel, die ihr vielleicht sogar noch aus der Schule kennt. Sie haben also beide G hoch AB modulo P berechnet und damit einen geheimen Schlüssel, den niemand außer ihnen berechnen konnte, denn alle anderen haben nur G hoch A oder G hoch B, aber nicht klein A oder klein B bekommen. Das Ganze hält aber nur so lange, wie niemand aus G hoch A modulo P A errechnen kann. Das ist die absolute Voraussetzung. Und dass das nicht geht, zumindest für einige bestimmte mathematische Gruppen, nennt sich das diskrete Logarithmus-Problem. Denn genau das müsste man ja berechnen können, um A zu bekommen. So, das ist jetzt das klassische Defi-Helmen-Problem. Das G-D-H-Problem trennt hier noch ein bisschen detaillierter auf als das D-H-Problem. Eigentlich haben wir ja hier zwei Angriffsvektoren oder Angriffspunkte. Denn wenn wir jetzt mit diesem Schlüssel kommunizieren, haben wir plötzlich ein Problem. Nehmen wir an, wir haben irgendein Element Z innerhalb dieser Gruppe. Können wir herausfinden, und zwar bitte effizient, also in polynomieller Zeit, ob Z gleich G hoch AB ist, wenn wir G hoch A und G hoch B kennen. Dieses Problem nennt sich das Entscheidungsproblem vom Gap-Defi-Helmen-Problem. Das Berechnungsproblem ist das zweite Problem und das ist dann definiert als gegeben G hoch A und G hoch B. Berechne G hoch AB. So, das Gap in G-D-H bezieht sich nun einfach darauf, dass es eben Algorithmen geben kann, die das Entscheidungsproblem zwar effizient lösen, aber das Berechnungsproblem eben nicht. Okay, wie sieht das alles in der Praxis aus? Im Detail kommt bei Threema Elliptic Curve-Defi-Helmen mit der Gruppe Curve 25519 zum Einsatz. Das aber halt leider auch nicht quantensicher ist, zumindest soweit ich das weiß. Aber dazu hatten wir uns ja schon eigentlich was angesehen und ein einfacher Wechsel von ECDH wäre möglich. Funfact an der Stelle, Threema sagt sogar explizit, dass das kein Verschlüsselungsstandard der NIST ist, den sie benutzen. Sie schreiben, dass ja bei NIST-Kurven der Verdacht bestand bzw. besteht, dass die amerikanische NIST die Parameter absichtlich schwächen würde, damit es leichter gehackt werden kann quasi. Schotzfeier sage ich dazu nur, aber das zeigt, wie sehr eigentlich digitales Misstrauen immer noch ein Thema ist. Aber wie bei Diffie-Helmen üblich, wird das gemeinsame Geheimnis aus Bobs Public Key und Alice's Private Key abgeleitet. Ihr erinnert euch, G hoch B und A ergeben G hoch AB. Wir nehmen Bobs Public Key, G hoch B und Alice's Private Key, A. Und beide zusammen ergeben dann unseren gemeinsamen Schlüssel. So, Alice verschlüsselt aber nicht mit dem öffentlichen Schlüssel von Bob direkt. Für Perfect Forward Secrecy wird bei jeder einzelnen Nachricht mit HSALSA20 aus dem Shared Secret und einer zufälligen Zahl ein Geheimnis abgeleitet. Der geheime Schlüssel enthält also sozusagen noch eine zufällige Zahl, wie ein SALT, den ihr vom Hashing kennt, wenn ihr so wollt. Damit verschlüsselt man die Nachricht und erhält den Cypher Text, also die verschlüsselte Nachricht. Dazu kommt aber noch diese NONS, diese Zahl, die wir mit reingepackt haben in den Schlüssel und ein Message Authentication Code, kurz MAC, der im Endeffekt ein Hash der Nachricht ist. Damit haben wir jedes Mal, wenn wir kommunizieren, einen anderen Schlüssel. Also Perfect Forward Secrecy. Plus eine Sicherheit, dass wirklich diese Nachricht von Alice an Bob geschickt wird. Also Authentication. Für Gruppennachrichten haben wir übrigens eine ganz besondere Herausforderung. Wer mit wem in einer Gruppe ist, ist eine eigentlich wichtige Metainformation. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, dass Facebook bzw. Meta der Meinung ist, dass eure Beziehung Werbung zerbricht, wenn ihr seltener mit den Freunden eures Partners kommuniziert. Dann kriegt ihr Dating-App-Werbung. Deswegen will Freema eigentlich gar nicht wissen, wer alles mit wem in einer Gruppe ist. Leider lässt sich aber wer mit wem nicht immer so super verbergen, wie ihr gleich merken werdet. Für Gruppen ist das bei Freema erstmal so geregelt. Alice schickt eine Nachricht an Bob und Charlie in einer Gruppe. Nehmen wir einfach mal an. Dann ist das auf dem Server genau gleich, als hätte Alice einfach eine Nachricht an Bob geschickt und dieselbe Nachricht, was wir nicht merken, weil ist ja eh verschlüsselt, an Charlie. Das heißt, die sehen auf dem Server sogar anders aus, weil sie ja mit verschiedenen Schlüsseln verschlüsselt wurden. Der Server merkt also nicht mal, dass diese Nachrichten dieselbe sind. Aber der Server merkt wohl, dass Alice irgendwie halt gleichzeitig eine Nachricht an Bob und eine Nachricht an Charlie schickt. Oder fast gleichzeitig. Nachrichten werden aber trotzdem separat verschlüsselt mit dem jeweils passenden Schlüssel. Also einmal für Bob und einmal für Charlie. Wenn ihr aber, jetzt sagen wir mal, Bilder hochladen wollt, dann werden die mit einem zufälligen Schlüssel verschlüsselt, den Alice bei sich generiert. Das wird dann auf den Server geladen und jeder mit dem passenden Schlüssel kann diese Datei grundsätzlich entschlüsseln. So, und dieser passende Schlüssel wird jetzt als Nachricht, als ganz normale Textnachricht, an Bob und an Charlie geschickt. Wie gesagt, der Server weiß nicht, dass die beide irgendwie das entschlüsseln können, beziehungsweise, dass das der Schlüssel für das Bild ist. So gesehen gibt es also keine Gruppen bei Threema und eigentlich weiß Threema auch nicht wirklich, wer mit wem wie wann kommuniziert. Man kann es aber leider trotzdem rausfinden, indem man einfach guckt, wann ist die Nachricht geschickt worden. Weil zum Tippen braucht man ein bisschen Zeit, ne? Gut, der Sicherheitsbeweis im Paper ist jetzt enorm komplex. Ich will ihn mal wirklich verkürzt und vereinfacht vorstellen. Es ist nur ein ganz einfacher Überblick, wenn ihr Details wollt. Wie gesagt, das Paper ist verlinkt. Die Forscher nehmen jetzt einfach an, dass GDH, also Gebtive Helmen gilt, also Held, und der Zufallsgenerator, ein Zufallsorakel ist, also eine wirklich gute Zufallsquelle, verwendet wurde. Das ist ein häufiger Angriffsfall und den kann man nicht immer so einfach betrachten. Sie untersuchen es dann noch später, ob das wirklich eine gute Quelle ist. Und ja, ist es. EBEX wurde dann als sicheres, kontinuierliches Schlüssel-Austauschprotokoll implementiert und nun wird angenommen, dass es in keinem effizienten, also Quantencomputer außen vor gelassen, sondern einem normalen Angreifer nicht gelingen kann, Nachrichten mitzulesen. Gibt es solch einen Angreifer, dann wandeln die Forscher den wiederum um und verformen ihn ein bisschen und lösen dann mit genau demselben Angreifer das Gap-Diffie-Helmen-Problem. Mathematisch. Und das ist ja wiederum ein Widerspruch. Diese Art Beweis nennt sich Reduktionsbeweis. Wenn ich meinen Angreifer nutzen kann, um GDH zu lösen, dann macht das keinen Sinn, dann habe ich offensichtlich einen Widerspruch. Denn GDH gilt ja unter meiner Annahme als sicher. Damit kann es so einen Angreifer gar nicht geben. Und genau das heißt wiederum, wenn ich jeden Angreifer so umformen kann, dass er GDH löst, dass EBEX sicher ist. Denn ein Angreifer wäre mächtiger, als er offiziell erlaubt ist zu sein. Und ja, was bedeutet das jetzt für euch? Freema ist bewiesenermaßen sicher unter diesen Annahmen, also dass GDH gilt und eine gute Zufallsquelle verwendet wurde. Wenn natürlich euer Smartphone angegriffen wird, ist alles möglich. Und wenn wir auch noch annehmen, dass wir Quantencomputer haben, ist das Ganze auch noch mal ein anderes Thema. Aber aktuell haben wir das nicht. Kein Hacker ohne Quantencomputer kann also eure Nachrichten mitlesen. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Takeaway. Falls ihr Nachrichten habt, die auf jeden Fall unfassbar sicher sein müssen. Denn WhatsApp, wie gesagt, ist ja nicht mal Open Source. Man kann nicht mal gucken, was für ein Algorithmus dahintersteckt. Aber auch für die Entwickler unter euch könnte das auf zwei Arten gleich wichtig sein. Einmal Geschäftsgeheimnisse, die ja momentan relativ häufig einfach bei Slack komplett offen rumliegen, könnten bei Matrix oder auch Threema vielleicht besser aufgehoben sein. Ihr könnt aber dank der Open Source Natur auch einfach selbst das gesamte Protokoll oder sogar die Anwendung oder die API benutzen, um eigene Projekte damit umzusetzen zum Beispiel, die dieses Sicherheitslevel brauchen. Und ja, ich persönlich bin der Meinung, dass durchaus auch alle anderen Chatnachrichten mit diesem Protokoll verschlüsselt werden könnten, sofern sie nicht öffentlich sein müssen.